Die Exponentialfunktion erkläre ich heute anhand von Coronavirus und fange langsam an mit der linearen Funktion. Also eine typische lineare Funktion ist y gleich 2 mal x, also 2 mal 0 ist 0, 2 mal 1 ist 2, 2 mal 2 mal 4, 6, 8, 10 und so weiter. Eine andere typische Funktion ist eine quadratische Funktion, dann habe ich y ist x², 0² ist 0, 1 mal 1 ist 1, 2 mal 2, 4, 9, 16, 25 und so weiter. Die Exponentialfunktion, die typische, wäre eben 2 hoch x, das jedes Mal ein 2 und ein x, nur anders kombiniert. 2 hoch 0 ist 1, also immer irgendwas, 7 hoch 0 ist 1, 17 hoch 0 ist 1, irgendwas hoch 0 ist immer 1. Stopp, das können wir eh wegtun. Also wir starten mit 1, 2 hoch 1 ist 2, 2 hoch 2 ist 4, dann 8, 16, 32, die Zahlen kennt man von den Speicherplätzen am Handy. Diese Funktionen kann ich immer ein bisschen anpassen, also das ist die simpelste lineare Funktion, ich kann auch y gleich 1,5 x minus 7 machen, hat andere Zahlen, ist aber immer noch linear oder y gleich 3 x² minus x. Und genauso kann ich die exponentielle Funktion anpassen. Wir wissen heute, also Stand heute ist der 18. März, laut SZ hätten wir jetzt 8300 Infizierte und es verdoppelt sich alle 2,5 Tage. Diese zwei Infos baue ich rein. Und dann schaut die Funktion folgendermaßen aus. y ist gleich 8300 mal 2 hoch x durch 2,5. Also wenn ich hier f von 0 einsetze, dann habe ich an der Stelle ein Nuller, 2 hoch 0 ist 1, das heißt, ich bekomme da meine 8300. Das ist der Tag 0, der Tag heute. f von 2,5 in zweieinhalb Tagen sollte sich verdoppelt haben, also ich nehme diese 2,5 und setze für x ein. Dann habe ich 2 hoch 1, also einfach das Doppelte von 8300. Also 8300 mal 2 eben 2 hoch 1. Und ich könnte hier ausrechnen, indem ich 2 hoch, genau, ich möchte wissen, was in 5 Tagen ist, 2 hoch 5 einsetzen und bekomme bei mir raus 33.200. Also wenn man sich das anschaut, wir sind jetzt, also heute sind wir hier bei 8300. Nach diesem Modell hätten wir 1, 2, 3, 4, 5. Am nächsten Montag 33.200 Fälle. Also das ist ein Modell. Das ist, keiner weiß, was genau passiert. Wir hatten ja die Schulschließung, war hier. Schule zu. Ja, und heute sind die Läden zu. Das heißt, die Leute, die sich jetzt in diesem Bereich anstecken, also die in diesem Bereich krank werden, die haben sich ja hier irgendwo angesteckt. Das heißt, dieser Effekt, dass die Läden zu haben und die Schule zu haben, die werden wir erst irgendwann hier spüren. Also die Formel wird hoffentlich so bald nicht mehr gültig sein. Also das Konzept ist jetzt so, wir haben einen exponentiellen Anstieg und dadurch, dass wir uns jetzt das Verhalten geändert haben, wird sich das verändern. Aber wir wissen natürlich nicht, wie genau. Hätten wir nichts getan, dann kann man, dann wäre das so weitergelaufen. Also hätten wir keine Maßnahmen ergriffen, wie es die Berater von Boris Johnson vorgeschlagen haben. Ich meine, 33.000 klingt jetzt nicht dramatisch, aber in 30 Tagen haben wir dann diese 8.300 mal 2 hoch 30 durch 2,5. Und dann komme ich ungefähr auf 34 Millionen. Also wir hätten einen großen Teil der Bevölkerung schon noch einen Monat angesteckt und das würde uns überlasten. Also wir hätten einen großen Teil der Bevölkerung schon noch einen Monat angesteckt.